Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu update.exe. Ja, der kleinen Möglichkeit von mir, euch Informationen zu geben und ja, in diesem Fall haben wir wie immer drei Punkte. Zufälligerweise sind es immer drei. Erstens, ich mache mein Windows-System neu, heißt ich werde es komplett neu aufsetzen und damit werde ich morgen beginnen. Und warum ich morgen beginne, ist einfach, ja, übers Wochenende hat man die meiste Zeit, heißt das ganze System werde ich neu machen. Es gibt es natürlich auch einen Grund dafür, es gibt mehrere Gründe dafür. Das eine ist, dass die Aufnahmen komischerweise ruckeln, wenn ich was aufnehme. Ich weiß nicht, woran es liegt, Nvidia-Treiber, alles top aktuell, vielleicht hat es sich da irgendwo verschluckt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ruckeln ein wenig die Aufnahmen, mal mehr, mal weniger und es ist nicht schön anzugucken. Darum, ja, hat es keinen Sinn, was aufzunehmen aus meiner Sicht. In den Livestreams von Minecraft und so hat man es auch schon gesehen, das ist manchmal extrem, dass es geruckelt hat und ja, ist dann natürlich ein bisschen weniger schön. Ihr wart da sehr geduldig in den Livestreamen und habt das alles über euch ergehen lassen. Ja, aber generell finde ich das ein bisschen unsexy. Darum, wie gesagt, habe ich diese Woche nichts aufnehmen können. Also, wie gesagt, woran es liegt, I don't know. Gibt aber eh einen zweiten Grund, warum ich das System neu machen muss, das ist das Internet. Wir sind gewechselt von der Telekom zu Vodafone oder Kabel-Vodafone oder wie auch immer das so heißt, wenn das von Kabel-Deutschland eigentlich kommt. Ja, das erste Mal, dass ich mit Vodafone zu tun habe, grottenschlecht, alles problematisch, bis auf der Techniker von denen. Wenn ich Vodafone eine minus fünf Sterne geben würde, wenn ich es könnte, würde der Techniker dafür sorgen, dass die plus zwei Sterne ein Ende haben, weil der einfach so mega top war. Ja, das Internet, wir haben eine 500er-Leitung bestellt und es kommt mal ein Rechner, eine Downloadrate von so 116 ungefähr an. Eine Uploadrate sollte ich von 50 Megabits haben, habe aber nur eine von, naja, zwölf, wenn es mal gut läuft, komme ich auf 15 oder 16. Ist natürlich ungeil, der Techniker ist gekommen, hat gesehen, Dose musste ausgetauscht werden. Dann hat er einen Verstärker im Haus eingestellt und siehe da, seine ganzen Messinstrumente funktionieren super. Der Laptop, den alten, den wir haben, hat einen Upload von 48 gehabt, einen Download von 96, 98. Liegt aber darin, ist eine 100-Mbit-Karte drin verbaut, keine Gigabit-Karte, heißt mehr als 100 kann er ja auch nicht runterladen. Aber der Upload war übertrieben schnell, also richtig gut. Und wie gesagt, der Rechner schafft es nicht, der Techniker war so geil drauf, hat sich hier vor den Setup hier gesetzt, was ich hier habe. Also auch vor dem Mikrofon um allen. Und ja, hat sich den ganzen Rechner mal mit mir angeguckt und der hatte wirklich Zeit mitgebracht. Der war richtig cool drauf, wie gesagt. Und der meinte, dass irgendwelche Prozesse in den Hintergrund laufen. Er konnte auch nicht sagen, was, wir haben halt geguckt, es ist ja alles in Ordnung da drauf. Prinzipiell, also alles seriöse, legale Software, nichts, wo man sagen könnte, dass irgendwo ein Virus eingefangen ist. Ein Virenscanner ist drauf. Gehe ich mal davon aus, dass der mich vor Viren wirklich schützt. Das weiß man natürlich auch nicht 100%. Aber irgendwie meinte er, dass da irgendwas nicht so stimmt. Entweder in den Windows-Einstellungen oder aber, dass da irgendwas im Rechner im Hintergrund läuft. Und wir haben uns die Hintergrundprozesse angeguckt. Es war nichts Auffälliges da. Wie gesagt, wir haben beide keine Erklärung gefunden. Und ja, einfach nur, damit der Rechner in Zukunft ein wenig schneller im Internet ist. Die Uploads vor allen Dingen wesentlich schneller gehen. Das wäre ein Segen. Ja, werde ich den Rechner neu machen. Und ja, wie gesagt, also Grafikkarte, dass es ruckelt. Ich weiß nicht, ob die Grafikkarte schuld ist. Vielleicht liegt sie auch an irgendeiner Windows-Einstellung. Ich muss natürlich auch sagen, mein Windows ist schon ziemlich alt. Normalerweise, früher habe ich jedes halbe Jahr Windows neu gemacht. Da bin ich irgendwann auf jedes Jahr rübergegangen. Wenn ich mit früher meine, ich habe mit Windows 95 im Übrigen angefangen. Also 95, 98, ME, dann XP, KMT, NT und so habe ich nicht genutzt. Das war eher für Firmen. Aber wie gesagt, ich habe früher alle halbe Jahre mein Rechner neu gemacht. Musste man bei Windows auch noch. Dann bin ich irgendwann auf ein Jahr gegangen. Jetzt ist das letzte Setup, glaube ich, auch schon anderthalb, fast anderthalb, zwei Jahre her. Also er muss auch wirklich neu gemacht werden. Einfach um irgendwelche Fehler, die sich irgendwo einschleichen, zu beseitigen. Und ich hoffe, die Aufnahmen ruckeln dann nicht mehr. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Also wie gesagt, das mit dem, was ich noch ganz kurz abschließend sagen will, darum, wie gesagt, konnte ich, das sollte ich vielleicht noch sagen, EEP fällt deswegen leider am Sonntag auch aus. Ich konnte natürlich nicht aufnehmen. Es hat wirklich geruckelt. Ich habe es nicht gespeichert, was ich da gemacht habe. Ja, ich, wie gesagt, in der Zeit, die ich hatte, habe ich eher versucht, die Probleme zu begeben. Habe es nicht hinbekommen, weiß nicht, woran es liegt. Darum rechnen und machen EEP fällt leider aus. Es tut mir leid, aber dafür haben wir dann ja einen Livestream. Dazu aber später mehr. Gut, das Thema Livestream. Das ist natürlich was. Morgen, an Samstag, zwischen 9 und 12 Uhr über den Livestream geplant. Wenn es gut läuft und Leute da sind und ich auch Lust habe, kann es auch ruhig bis 13, 13.30 Uhr gehen. Wir gucken mal, was ich spiele, weiß ich nicht, wenn ich spontan erscheine. Ich werde mal probieren, was so halbwegs flüssig läuft, was man dann nehmen kann. Wir schauen mal. Ja, Minecraft ging ja scheinbar so halbwegs flüssig für euch, also so, dass es okay war. City Skylines. Ich gucke mal, was ich mache. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mich da überraschen lassen und werde halt mal das gleiche rumprobieren und schauen, was wir denn so halbwegs nutzen können. Wie gesagt, Minecraft geht, aber nicht in den Nähe des Hauses. Unspielbar. Gut, also wie gesagt, morgen Livestream, 9 bis 12 oder vielleicht auch länger. Wir schauen mal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, als nächsten Punkt, dritten und letzten Punkt ist der erste EP Livestream, den wir machen. Den hatte ich eigentlich für Freitag, also für heute, für jetzt geplant, für 15 Uhr. Wir haben es kurz vor 15 Uhr jetzt gerade, wo ich es aufnehme. Das haut nicht hin. Ich habe es darum auch nicht mehr angekündigt im Twitter beziehungsweise im Community Tab bei YouTube, weil es macht keinen Sinn. Und ja, da müssen wir mal gucken. Ich habe vor, für Montag 15 Uhr den ersten Livestream zu machen. Der soll circa ein bis zwei Stunden gehen, aber auch natürlich nur, wenn der Rechner bis dahin fertig ist. Das ist ganz wichtig, wenn der Rechner nicht läuft, können wir auch nicht spielen. Also wie gesagt, markert es euch vor, wenn ihr zufällig zu Hause seid und Lust habt, 15 Uhr ist geplant. Sollte es nicht hinhauen, werde ich es definitiv bei Twitter und der Community Tab ankündigen. Bis spätestens 13 Uhr kann ich da wohl ein Feedback geben und ja, werde, wie gesagt, den Rechner irgendwie versuchen, bis dahin komplett einzurichten. Wird spannend, wird spannend, aber ich bin da guter Dinge. Gut, mehr habe ich an der Stelle gar nicht zu sagen. Das nächste Infovideo gibt es dann sicherlich in zwei bis vier Wochen. Ist ja meist so der Rhythmus. Hab ja mal gesagt, glaube ich, zwei bis sechs Wochen will ich immer mal so ein Video raushauen, wenn ich es nicht richtig insinne. Ja, würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den Livestreams dabei seid. Macht's gut, euer Zellron. Und ein schönes Wochenende für alle, die morgen nicht in den Livestreamen dabei sein können, wollen. Oder wie auch immer. Macht's gut, euer Zellron. Ciao. 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 Vielen Dank.